Die Stadtbibliothek öffnet ab dem 17. Mai. Zunächst jedoch nur mit Terminvergabe. Termine können zum Folgetag telefonisch vereinbart werden, per Mail oder online auf der Seite der Stadtbibliothek. Der Termin beginnt zur vollen Stunde. Dann haben die Nutzer ein Einlassfenster von einer halben Stunde. Spätestens drei Viertel muss der Termin beendet werden, damit das Personal der Bibliothek lüften, desinfizieren und alles für die nächste Besuchsstunde vorbereiten kann. Ein Zutritt erfolgt nur mit medizinischer Maske. Nach wie vor müssen die Kontaktdaten der Nutzer erfasst werden, entweder via Luca-App oder analog. Alle noch ausgeliehenen Medien haben den Rückgabetermin 4. Juni. Darüber hinaus bietet Interessierten die Onleihe rund um die Uhr Medien zum Download. Diese ist unter der eingeblendeten Webadresse zu erreichen oder über die Onleihe-App. Das Team der Stadtbibliothek freut sich schon jetzt auf seine Nutzer.